Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Malink Badwin Worlds Randomizer. Wir sind hier wieder bei dieser kleinen Challenge mit dabei. Und ich hoffe... Achso. Ah. Ah, okay, stimmt, die gehen ja runter. Ja, okay, ergibt Sinn, ne? Aber hier kann ich auf jeden Fall mit den Bomben jetzt easy cheaten. Genau, die Challenge wollte ich jetzt machen. Ähm, weil wir jetzt Bomben haben. Geil. Sollte damit jetzt ein bisschen leichter funktionieren vielleicht. Weil wir dadurch ja quasi einen kleinen Sprintvorteil haben. So. Boah, nice. Der war gut, der war gut, der war gut. Da haben wir es schon geschafft, ne? Ja, easy. Oh, der Bogen. Oh, geil. Hätte auch sein können, dass wir das schon eher hätten können, wenn wir uns ein bisschen angestrengt hätten. Aber jetzt haben wir es so bekommen. Okay, der Bogen. Danke, danke. Habe ich mir verdient, ne? Geil. Jetzt haben wir Bogen, Bomben, Enterhagen. Also wir haben jetzt echt gute Dinge bekommen. Ich glaube, es ist fast Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen upgraden. Somit, damit können wir das hier nämlich auch entfernen. Zack. Und das hier können wir auch entfernen. Da haben wir da drüben noch ein paar Höhlen. Aber das, das habe ich auch schon alles gemacht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, das habe ich auch schon alles gemacht. Obwohl, ne, in der Schattenwelt war ich da noch nicht. Da muss ich nochmal hin in die Schattenwelt. Da an diese Stelle. I guess. Warte mal. Äh. Ich habe eine Klingel. Theoretisch könnten wir jetzt auch wieder in die Dungeons ein bisschen mehr rein. Die Klingel ergibt ja gar keinen Sinn. Äh. Bringt das was? I'm not sure. Ja, mit dem Hammer will ich aktuell noch nicht so viel machen. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte auch in die Sumpflante nochmal rein, ne? Kann ich hier was machen? Komm ich da rüber? Ne. Komm ich hier irgendwie ins Wasser? Pa, 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 pa. Kann ich springen ins Wasser? Hier kann ich aber nirgendwo ins Wasser springen. Ähm. Hm. Oder wir machen halt jetzt ein Dungeon. Weil Sandstab haben wir ja. Theoretisch könnte man da unten in der Ecke, in der normalen Welt, ein bisschen was machen. Beim Sandlevel. Denke ich. Da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen upgraden. Ein paar Waffen und so. Und dann, äh, let's go. Hätte ich gesagt. Ich glaube, mit den Bomben waren wir aber auch nicht in den Bergen. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen was sprengen. Das ist auch nochmal so ein Guess von mir. Oh Gott, geh weg. So, warte. Ich geh jetzt hier nochmal in die Schattenwelt. Hm, hm, hm. Habe ich eigentlich schon dieses, diese, diese Erbsel geholt? Diese, warte mal, wie heißt das? Das hier? Oder das hier? Das wollte man eigentlich zum Typen geben. Wisst ihr das noch? Guck mal, hier waren wir nämlich noch nicht. Bam. Bam. So. Das hatte ich nämlich markiert, aber das ist nur eine Feenquelle, leider. Okay, schade. Na, 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 na. Sonst noch was hier? Nö, das war's hier. Na, 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 na. Ich glaube, hier drin war jetzt auch nichts mehr zum Sprengen, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay, ähm. Ich läute mal kurz. Und wir gehen mal kurz hier hin. Möchte ich mir auch ganz kurz noch mal in der Schattenwelt angucken, Leute. Ba-bam. Ah ja, hier war das. Äh, eigentlich braucht man wahrscheinlich dafür... Ist das ein Dungeon? Ich glaube, das ist ein Dungeon, ne? Ja. Und das Ding hätten wir dafür jetzt auch. Weiß halt nicht, ob ich... Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich da schon weit komme. Ob ich da noch irgendwas anderes brauche. Wir haben halt... Kein Hammer. Weiß aber nicht, ob der jetzt notwendig dafür ist. I don't know. Ich glaube, hier haben wir... Haben wir hier schon alles mit Bomben gemacht? Mal hier. Oh. Easy. Jetzt kommen die ganzen Gegenstände, Leute. Jetzt geht's los, Alter. Und du? Okay. Der wollte jetzt eher mir nichts geben. Aber scheinbar war ich da noch nicht drin. So, hier... Ich weiß nicht, ob hier... Jetzt auch irgendwas sein könnte. Nö. Aber wir sind noch nicht in dieser Höhle drin? Oder warum ist da jetzt eine Schatzkiste gewesen? Verstehe ich nicht so ganz. Aber ich finde es geil, dass wir jetzt den Hammer haben. Wir haben jetzt sehr viele Objekte, die ich potenziell aufwerten würde. Ich glaube, ich kann noch drei Stück aufwerten. So, was haben wir hier? Da war ich schon. Ich checke gerade noch mal so ein bisschen ab, ne? Merkt ihr gerade? Ähm. Okay. Ansonsten scheint es das hier auch gewesen zu sein. Okay. Ich finde es gerade cool, dass wir den Hammer bekommen haben. Einfach so random. Okay, aber ich wollte hier noch mal in der Lichtwelt kurz abchecken, weil da hatte ich noch die ganzen Punkte offen. Also entweder habe ich das abgecheckt und habe es vergessen, wieder wegzumachen. Krieg nach mir. Möglich. Oder... Na, ich glaube schon. Genau. Und dem Typen hier, dem wollten wir eigentlich so eine Frucht bringen, ne? Scootfruit. Genau. Ich würde sagen, die hole ich mal kurz. Die kann man ja sicherlich kaufen einfach in Kakariko. Das sollte ja jetzt kein Problem sein, die mal eben abzuholen. Das machen wir jetzt mal kurz. Na? Kaufen und zurückporten. Das kriegen wir hin. So. Nö, 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 nö. Und wenn wir mal hier sind, können wir auch gleich... Ich glaube nämlich, ich muss den Brief in der Milchbar abgeben. Ich glaube. So, die Frage ist... Ist das eine Fuhlfrucht? Keine Ahnung. Nehme ich auch mal mit. Kann ja sicherlich beides mitnehmen, oder? So. Zack, zack. Nehme ich einfach mal mit. Äh, Schild? Schild haben wir ja, ne? Oder? Äh. Wie komme ich denn eigentlich... Hier, okay. Ja, Schild habe ich. Ich habe nur kein Schwert, deswegen kann ich den wahrscheinlich nicht benutzen. So, laut dem Ding habe ich auch das Ding schon so. Also müsste das auch so passen. 50 Mimeis. Das heißt, ich kann drei Erweiterungen machen. Ich habe ja den Sand- und Eisstab aktuell. Bomben, Pfeile und Hammer wären für mich jetzt das nächste, glaube ich, was ich upgraden würde. Aber ich warte auch gerne noch auf dem Feuerstab. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Bomben jetzt upgraden will damit. Hmm. I don't know. Okay. Ich gebe mal noch schnell die Milch ab. Und gucke mal, ob das irgendwas bringt. Nicht die Milch, den Zettel. Den Brief. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Jo. Habe ich jetzt dagegen getauscht, ne? Okay, cool. Dann kann ich das hier updaten. Perfekt. Das heißt, da müssen wir dann irgendwie... Mal, wenn man in den Bergen sind, gucken. Da können wir jetzt halt auch hier mit dem Hammer, ne? In die Berge. Könnte man potenziell jetzt auch Sachen machen. So. Hier brauche ich immer noch Krafthandschuhe. Das ist... Jo. Jo, 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 jo. Hm. Okay. Hm. Wenn wir das gemacht haben, würde ich jetzt gleich nochmal in die Schattenwelt gehen. und würde zu der großen Fee gehen. Oder? Ja, ja. Ich gebe... Ich gehe mal kurz in die Schattenwelt. Und wir gehen mal zu der großen Fee. Die 3000 Rubine kostet. Bisschen Haufen Kohle. Aber ich meine, ich glaube wir brauchen die für eh nichts anderes mehr, oder? Und vielleicht hätte ich ja das Ding. Das Objekt. Das Premium... Objekt. Für uns. Ja. Na, 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 na. So. Und die war hier drin, ne? Richtig? Hört sich gut an, hört sich gut an, hört sich gut an. Jo, das ist sie. Bam, Alter. Oh, das tut weh. Oh, 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 oh. Oh, ha, ha, Alter, hätte ich es mal behalten. Lecko mio. Was bekommt man da eigentlich, Leute? Was bekommt man eigentlich für 3000 Rubine? Kann ich noch mal was machen? Nö, jetzt einfach nur Feenquelle. Oh, wow. Das war, glaube ich, der mieseste Deal, den ich je gemacht habe. In dem Randomizer. Der war schon echt eklig jetzt. Der Deal. Okay. Wir gehen wieder zurück. Jetzt bringe ich dem die Frucht. Und dann checken wir noch mal kurz die Wände ab. In der Gegend. Und dann würde ich sagen, craten wir mal unsere Waffen ein bisschen ab. Ich glaube, Hammer und Bogen würde ich machen. Weil ich hätte gerne immer noch vorsichtshalber was auf Tasche. Ich werde mal den Feuerstab bekommen. Weil den Feuerstab, den will ich schon upgraden. Das ist für mich die Nummer 1 Burn, die Monster weg Waffe. Das ist so easy damit. So. Äh, wir gehen einmal hierhin geflattert. Dann craten wir unsere Waffen ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Wüste. Da können wir vielleicht den nächsten Dungeon machen. Obwohl, ist in der Wüste, in der Wüste gibt es ja keinen Dungeon. Der ist jetzt oben beim Feuer. Das ist gar nicht so, wie in der Linktüte passt. Hehe. Stimmt. Da war ja was. Okay, ähm. Kumpel. Ich hab da was für dich. Bitteschön. Okay, dafür krieg ich einen Mai Mai. Naja, warum nicht? Okay, dann haben wir das auch gemacht. Sehr schön. Äh, da freu ich mich. Und wir können das hier weghauen. So. Theoretisch, das haben wir jetzt auch aufgesprengt. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, das ist einfach nur eine Feenquelle. Das heißt, das hier kann auch weg. Okay, ich arbeite mal kurz mich ein bisschen voran, ne? Geh nochmal die Punkte ein bisschen durch. Und das hier hinten haben wir auf jeden Fall auch gemacht, weil... Da war... Ja, ich erinnere mich. Das haben wir auch gemacht. Ich hab nur vergessen, das wegzumachen. Ihr habt's mir wahrscheinlich schon wieder geschrieben. Und hier komm ich nicht rein. Da brauch ich die Krafthandschuhe. Scheinbar hab ich das blau markiert, wenn ich Krafthandschuhe brauch. Okay. Gut. Dann würd ich sagen, Wüste. Hier brauch ich aber auch Krafthandschuhe. Wie mir scheint. Hier ist noch ne Höhle. Da war... Waren wir schon drinnen, ne? Das ist auch nur ne Feenquelle. Okay. Aua. Aua. Ne, Waffen wollte ich noch aufhärten. Aua. Oh Mann. Oh Mann. Sollten wir vielleicht mal den Hammer drauflegen. Weil mit dem kann ich jetzt gut arbeiten. Boah. Boah. Hä? Der fühlt sich schon so Level 2 an, ey. Okay. Schnell ist er nicht. Okay, Leute. Wir gehen mal kurz unsere Waffen upgraden. Bogen und... Hammer. Bogen macht dann, glaub ich, Dreifachschuss. Und der Hammer ist halt... Den kann ich dann, glaub ich, aufladen. Den kann ich auch so aufladen. Den kann ich nicht aufladen. Aber ich kann den dann, glaub ich, aufladen. Dann kann ich ihn aufladen. Das sollte dann möglich sein. Oder? Was sagt ihr? Ich glaube, das sind für mich so... Gerade die wichtigsten Dinge. Hm, hm, hm. Hm. Was macht denn das? Mehr Wind oder was? Blue Male. Blue Male. Lost My Male. Powerclove. Ach so. Aber hä? Beim letzten Mal... Ach so, das ist, glaub ich, nur, weil das vorher die Bell war, vielleicht, wo ich das bekommen hab, oder? Ich weiß es nicht genau. Ähm... Ähm... Ich create auf jeden Fall den Bogen ab. Bam, bam, bam. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. So, ist more powerful, alter. Zack. Mai, 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 mai. Mai, 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 mai. Ich find die Musik klasse. So, das Ding, was macht das? Dann mach ich bestimmt auch Schaden mit dem Ding, aber ich nehm mir den Hammer. Und das reicht mir dann auch erstmal. Bombe ist auch cool, aber... Naja, brauch ich nicht. Äh... More powerful. Und hat stärkere Effekte. Mai, 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 mai. Aber muss ich jetzt was upgraden? Ich will jetzt nichts upgraden. Ne, ich muss nichts upgraden. Ich kann. Soll ich, oder soll ich auf den Feuerstab warten? Ja, der Feuerstab ist halt schon geiler. Ach komm, ich nehm die Bomben noch mit. Was soll der Geiz? Wir wollen sie eh alle haben, ne? Ob man sie in diesem Let's Play, also in diesem Randomizer alle finden, ist halt die Frage. Das ist die Frage. More powerful. Big Bomb, Alter. Zack. Zack. Okay. Mai, 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 mai. Sind wir doch schon mal ein bisschen stärker unterwegs. So, jetzt können wir das Ding aufladen, oder? Ne, ist einfach so krass. Boah. Bäm, Alter. Jawohl. Okay, jetzt können wir, wir können jetzt in der Wüste gar nichts machen, oder? Glaub ich. Ne, 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 ne. Soll ich trotzdem mal in die Wüste gehen, oder? Was meint ihr? War da kein Dungeon in der Wüste? Bin verwirrt. Ist ja nur in der Schattenwelt der Dungeon. Die haben ja trotzdem hier so Ruinen. Es ist wirklich schon wieder ein bisschen her, das Spiel. Deswegen bin ich ein bisschen... Egal, wir gehen trotzdem mal in die Wüste kurz auschecken. Wenn da halt nichts ist, dann geh mal... Geh mal in die Berge, würde ich sagen. Oder? Machen wir mal einen kurzen Short-Check. Und gucken mal. Ah, hi. Und tschüss. Boah. Nice, Alter. So, was war hier in der Höhle? Okay, das haben wir schon. Das haben wir schon. Da erinnere ich mich dran. Dilididid. Ma, 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 ma. Ja, hier sind auf jeden Fall noch Maimais drunter. Das sind halt alles so Sachen, die wir jetzt nur machen können, wenn... Äh... Wenn, äh, Dingens pupst, ne? Ihr wisst schon. Äh, wenn mal die Handschuhe haben, die besseren. Alter. Aber das ist auch schon mal eine schöne Waffe. Eine gute Alternative zum Schwert. Gefällt mir ganz gut. So wie ich glaube. Wir gehen jetzt erstmal direkt in die Wüste rein. Und ich... Bin der Meinung, wir kamen hier damals in der Wüste nicht weiter, weil... Erstmal, wir haben hier oben den Hookshot jetzt. Und ich glaube, da muss man... Mussten wir auch was wegsprengen. Deswegen kam er da, glaube ich, auch nicht weiter. Deswegen, wir zücken mal unseren Sandsturb. Machen mal den hier. Und... Gehen wir mal nicht auf die Säckel. Ich hab nämlich Megabomben. Würde ich aufpassen. Kumpel. So. Jetzt kann ich nämlich hier in die Schattenwelt... Rüberflutschen. Und ich glaube, schwimmen konnte ich damals auch nicht. Deswegen bin ich da auch nicht weitergegangen. Also es gab ein paar Sachen... Deswegen... Hä? Achso, hier ist nur ein Herzteil. Okay. Mehr ist es nicht. War nur wegen dem Herzteil. Okay, dann müssen wir hier wirklich wegen... Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann müssen wir hier wirklich ein bisschen schwimmen. I guess. Gucken wir mal. Ja, weil hier wären wir dann, glaube ich, nicht weitergekommen. Weil wir nicht schwimmen können. Oder? Jetzt kommen wir hier weiter. Da ist erstmal Mai Mai. Sehr schön. Hallo. Und noch mehr Kohle. Okay, jetzt... Jetzt haben wir genug Kohle. Der Zeitpunkt ist gekommen... ...dass wir in Geld schwimmen. So, das ist die Frage. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Jetzt nix. Kann ich mich mit dem Etterhaken darüber ziehen? Hier so. Oder wie funktioniert das? Weil ich weiß, dass wir halt in der Wüste selber nicht weiterkamen. Oder brauchen wir allgemein erst was anderes. Wir kommen da nicht über die Brücke drüber. Kann ich hier irgendwas mit dem Etterhaken machen? Ist ja nix zum ranziehen. Hm. Nicht so wirklich, ne? Oder kann ich hier... Kann ich irgendwo lang klettern vielleicht? Komme ich da irgendwie hin? Nee, auch nicht. Okay. Da gibt ja alles gar keinen Sinn. Aber in der Wüste kam ich ja auch nicht weiter. Wie kommt man denn da hin, Leute? Ich hab gar keinen Plan mehr. Meine Güte. Ist das lang her? Eigentlich war es gar nicht so lang her. Aber wie kommt man da hin? Kann jetzt halt deinen Schattenriss rein? Aber hier kommt... Ja, hier oben komme ich nicht rein. Hier kann ich drüber laufen. Da hinten ist noch... Da hinten ist noch ein Schattenkristall. Äh, ein Schattenkristall. Ein Schattenriss. Ein Riss. Ein Riss ist da. Und dann muss ich da wahrscheinlich... Aber heißt das, ich muss jetzt wieder in die Schattenwelt erst, ne? Hä? Äh, aber da ging es ja auch nicht weiter, oder? Hinporten kann ich mich da auch nicht. Alter, nervt ihr. Meine Güte. Was ist denn hier los? Hier oben ist auch so ein komischer... Da könnte ich mich vielleicht... Keine Ahnung. Hier so rüber. Und dann da rüber. Und da ist ne Höhle. Aber wie komme ich da oben drauf? Hm. Da muss ich hier drauf erst. Von da kann ich hier rüber. Dann kann ich mich da rüber ziehen. Dann kann ich da Sand machen. Dann kann ich da Sand machen. Dann komme ich da in die Höhle rein. Okay. Das hätten wir jetzt auch schon mal. Aber ich muss jetzt erstmal den Weg dahin finden. Und wir sind schon wieder im Überlänge-Modus. Aber ist ja egal. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ich hoffe, ihr redet gerade fleißig mit. Wahrscheinlich kennt ihr die Lösung. Und ich bin einfach zu dumm, um das zu sehen. Guck mal. Da ist ein Schattenriss. Also ein Schattenriss. Ein Riss. Kein Schatten. Wie komme ich da hinten? Bin ich denn doof? Es gibt diese Brücke hier. Die nützt mir ja nix. Oder ist die später erst wieder zusammengebaut? Bin ich jetzt blöd, dass ich das machen möchte? Und bin jetzt falsch aktuell? Hier komme ich nicht weiter. Itemsmäßig habe ich jetzt auch nichts, was mich jetzt irgendwie weiterbringt. Na hier. Ich komme hier nicht hin. Und ich kann mich ja mit dem... Ich kann mich mit dem Sand nicht selber hochheben, oder? Ich kann nur Wege bauen. Oder sehe ich das gerade falsch? Bin ich gerade blöd? Warte mal. Ja, ich bin jetzt gerade im Rätselmodus. Und mich nervt das, dass ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Deswegen... Deswegen... Ja, deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Aber ich komme hier nicht hoch. Ich verstehe es nicht. Ich kann da nicht unter mir machen, oder? Ne, das geht nicht. Ich müsste schon... Aber hier kommt man auch nirgendwo... Man kann sich jetzt auch nirgendwo hier so hingeaten, oder so. Doch, hier. Warte mal. Bin ich blöd? Sorry. Sorry, Leute. Ich bin so dumm. Mh... Mh... Und alle so mit... Klatschen. Klatschen jetzt Beifall. Er hat's geschafft. Er hat es. Scheiße. Okay. Wir haben's, Leute. Sorry, dass das jetzt so lang gedauert hat. Oh, Mann. Okay, gut. Im nächsten Part können wir hier weitermachen. Ich hab's jetzt rausgefunden, wie es geht. Alles klar. Ihr könnt klatschen. Danke, danke, danke. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Leute.